Hallo ihr Lieben, mein Name ist Adrian Topol und ich stelle euch hier so ein bisschen unser 360 Grad Making of vor. Wie funktioniert das alles? Also ihr könnt euch in alle Richtungen bewegen, je nachdem mit welchem Gerät. Entweder ein Telefon, wo ihr dann nach links oder rechts gucken könnt, hoch oder runter oder eben, wer das von euch hat, vielleicht eine Oculus Rift Brille und dann habt ihr so das Gefühl mitten dabei zu sein in diesem Making of. Das ist jetzt das Set von die Rolle Anton. Dieses Wasserwerk wird quasi als Kulisse jetzt für die Wäscherei benutzt. Guckt mal darüber. Das ist der Oberbeleuchter, der jetzt gerade das Licht einstellt und da hinten, guckt mal wieder zu mir, da vorne, da ist das Team und da ist dann auch der Aufnahmeleiter und die bereiten sich gerade vor für die nächste Szene, für den Gegenschuss. Deswegen ist da hinten so ein Gewürzeln. Ich glaube, die Mittagspause ist jetzt zu Ende. Beheirat und action! Kameras are rolling and action! Beheirat und 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 action! Danke, danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. Bitte sehr, danke.